Nee, kriegt man nicht, weil hier Fenster ist. Hier ist ein Fenster. So. Und das geht auch wieder nicht auf. Das sieht scheiße aus. Da muss ich mir mal was einfallen lassen, wie wir am besten die Treppen nach oben machen, weil anscheinend können NPCs keine Leiter hochgehen. Und das soll ja trotzdem noch nach Laden aussehen, ne? Das ist ja dasjenige, welche. Yeah! Woo! Alles klar. Der Groove da oben. Wie kann ich, wenn ich hier schon anfange... Wenn ich das so mache... Nee, das kann ich so auch nicht machen, weil das muss hier hin. Oh, ist das ein Scheiß. Ups, sorry. 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 Boah, ist das schwierig. Boah, ist das schwierig. Boah, ist das Self-Ausland. Boah, ist dasw policy. Boah, ist das ein advice zum Beispiel. Boah. Ho. Willi, holen fuckmaking. Nee. Och, Mann. Sorry, tut mir leid. Aber das geht jetzt mal grad nicht. Och, Mann, wie kann ich die NPCs nach oben bringen? Nee. Ist das eine schwierige Geburt hier, ey. Okay. So. Oder ich nehme hier hinten. Nein. Nein. Ich muss den da. Den. Halben. Halben. Ganz. Halb. Ganz. Halb. Jetzt tu dich da mal weg. Alter, jetzt tu dich da mal bitte weg. Jetzt geh da mal weg. Merci. So. Wenn ich das so mache, kann ich nicht machen, weil dann kriege ich den Durchgang nicht mehr. Oder aber ich... Da kann ich die Durchgänge nicht machen. so. So. Aber so komme ich dann zumindestens hoch. Und das kann ich dann... auskleiden. Dann kann ich hier draus trotzdem noch ein Geschäft machen. Aber ich muss doch mal auf mich wirken lassen. Okay. Ich muss dann echt mal auf mich wirken lassen, wie wir das mit den Treppen machen. ein bisschen Holz haben wir noch. Da hinten kommt richtiges Holz hier rein. Zack. Und fang... Alter. Hier auch mal an. So. Aber nichtsdestotrotz... äh... werde ich jetzt mal... ähm... die Aufnahme beenden. Ja, ich weiß. Aber ich muss das hier auch noch rendern. Und wir haben... 16.11 Uhr. Das heißt, heute... 4. Advent. Jetzt für mich, für euch natürlich. Und wieder weiter. Ähm... Scheint Minecraft nicht pünktlich. Ja. Ähm... Ähm... Das tut mir leid. Was wir noch machen, ist eben das hier. Dann haben wir das auch, äh... Komplett... Hier, das muss ja noch abgetragen werden. Ja, wenn die nämlich hinten rausgucken, dass die dann nicht so einen Berg dann direkt vor der Nase haben. Aber das werden wir... Aber das werden wir... beim nächsten Mal... machen. Boah, ich kann nicht aufhören mit Minecraft. Das ist so eine Sucht, die Seuche. Das ist echt der Hammer. Verdammt. Und... Kennt ihr das, wenn man nicht immer aufhören kann zu spielen? Immer weiter und immer weiter und immer weiter machen könnte. Aber ich muss das Ganze ja noch rendern. Verdammt. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir schon... Ähm... so spät haben. So, komm. Die Steine hier vorne machen wir noch, aber dann ist wirklich Schluss. Dann müssen wir mal wirklich aufhören. Man soll ja bekanntlicherweise dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Na? Dieser kleine Bergherr, der muss noch weg. Zumindestens verschrumpfen. Boah, das wird echt noch schwierig, hier raus eine schöne Stadt zu machen. Leck mich am Söckchen, ey. Ne, der ist verkehrt rum. Das schaffe ich von hier unten nicht. Krass, ey. Da kam ich da noch dran. So. Dann, meine Lieben. Wenn wir... Ne, nicht wenn. Das wird so sein. Ähm... Dass diese Aufnahme oder diese Folge natürlich Heiligabend schon da ist. Ähm... Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Ja, lasst euch reich beschenken. Ähm... Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal zur Aufnahme komme. Vielleicht schaffe ich das noch... Ne. Ne, nicht vielleicht. Ne, das werde ich nicht schaffen. Ja, vor Heiligabend. Noch mal Minecraft aufzunehmen. Ähm... Ne, das schaffe ich nicht. Dafür ist die Zeit zu knapp. Ich muss ja erst den Montag und den Dienstag noch arbeiten. Dann feiern wir ja auch den Papas Geburtstag rein. Ja, da teile ich am Geburtstag. Und dann habe ich ja auch noch andere Geburtstage jetzt noch. Ähm... Ne, vor Heiligabend. Das werde ich leider nicht mehr schaffen. Ähm... Aber ich werde gucken. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Wegen Schneiden und so weiter. Ähm... Vielleicht werde ich am ersten Weihnachtstag noch mal reinhauen. Denn am zweiten Weihnachtstag bin ich auch nicht da. Am 27. bin ich auch nicht da. Und das heißt, da sind die auch schon wieder mit Heiligabend. Drei Tage, die besetzt sind. Ja, plus den 21. und den 22. wo ich auch noch arbeiten bin. Und ne, da werde ich wohl nicht, äh... Zum Aufnehmen kommen. Aber wirklich, ich, ähm... Ja, wünsche euch frohe Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss. Musik